Was sagtest du? Ach, Entschuldigung. Ich bin unangenehm, dass ich dich berühre. Wie es mich an der Verlässe, wenn ich ihr das fehlende Ei zurückbringe. Bin ich Arzt oder? Ist das ein Puzzle? Ich krieg hier das noch aus. Ja, hier hab ich Werkzeug, komm. Dann hab ich die drei schonmal. Die haben Mützen auf, das ist gut, dann ist sie nicht kalt. Und hier gibt's noch irgendein Wechselbild. Wie soll ich hier ein Bild erraten? Vielleicht kann ich immer noch was gucken. Ich hab kein Licht, um nachzusehen, was sich versteckt. Peter hat da ein Feuerzeug drin oder eine Taschenlampe oder irgendwas. Okay, das nämlich auch, das leuchtet. Und der Feder. Mach mal Licht rein. Oh, guck mal. Ein Ei. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, guck ich nochmal, ob ich irgendwas sehe, was aufflackert und vergeht. Kann überall sein. Kann überall sein. Okay. Hallo Ei. Mit Schwung runter. Mit das Stück der Krone. Ach, der Ring nervt mich ja. Ach so, hat sowas dazu gesagt? Nee. Kein Wackabill-Dings? Ich hab noch ein Wandelobjekt hier. Die Fledermaus. Gut, äh, Kronenst... Kronenstück. Hier gehört der Skorpionsstab hin. Na dann. Ich wollte gerade zeigen, warum kommst du mir so dabei an. Ich wollte gerade zeigen, warum kommst du mir so dabei an. Ich hatte keine Wahl. Ich musste sie beide machen. Der Zentrum der Aktivität ist sicherlich nach links in Nizul, wer sicherlich helfen wird, jetzt, dass ich seine Staffe zurückgebracht habe. Ja. Seine Macht ist die einzige Chance, den Mütterdragon zu retten und den König zu retten. Hat sie uns verarscht? Ja, natürlich, aber warum hat sie uns verarscht? Ich hätte auch, dass wir uns darüber reden können, und wir hätten dann trotzdem... Also... Ähm... Ich brauche einen Stein. Gut, dass ein Feuerstein ist. Äh, den Schlauch habe ich gefunden. Dann... Es ist zu dunkel, ich kann nicht sehen, was hier hinter ist. Mir fehlt ein Speziersymbol. Hier ist eine kleine Vase in einer Größe, die ich nicht erordnen kann. Dann... Haben wir den... Muss ich die Schüssel irgendwo hinstellen? Da? Nein. Okay, was mache ich jetzt? Äh... Wir... Wir haben... Hier fehlt ein spezielles Symbol. Hier fehlt das Ding. Hier ist das Ding. Das Ding kommt da rein. Schön, wenn ich auch mal was direkt entdecke. Hier... Das ist ein Hammer. Jetzt soll ich das miteinander verbinden? Hm? Aha. Ich muss den Prung in Gang bringen und einen Hammer finden. Ein Gefäß für das Wasser finden. Ja, dann nehme ich doch mal... Nichts mit, sondern habe hier eine Schüssel. Habe ich Wasser. Wenn der Ton feucht wäre, könnte ich etwas daraus formen. Jetzt müsste ich nur einen Ton finden, den ich mit Wasser befinden kann. Wenn der Ton feucht wäre, hä? Hallo, bist du Ton? Ja, ihr seht mich ein wenig ratlos. Gefließige Truhe, trockener Ton. Gefließige Truhe. Hammer. Hammer. Aha. Jetzt können wir daraus was formen. Habe ich denn eine Form? Eine Vase. Da habe ich die gefräßige Truhe. Und die gefräßige Truhe hat Hunger. Ja schön, jetzt geht hier auch alles kaputt, ja? Mit einem kleinen spitzen Gegenstand. Was für ein Grinsen bist du auf Kitzel? Nichts geschieht. Hat sich der Raum verändert? Oh, guck mal. Ja, das ist ein anderer Raum. Das ist ein Tank. Jetzt ist es ein stabiler Haken. Und da kann ich mich jetzt rüberschwingen. Ne, ich könnte was schweres dranhängen. Ja, warum auch nicht? Oh, Honig. Ne, so ist es geil. Es bleibt mit dem Reich verbunden, solange noch ein Mitglied der König der Familie am Leben ist. Jetzt muss ich die auch noch töten, oder was? Das zerbrachene Glas sollte ich besser wegräumen. Dann mach doch. Dann haben wir hier einen Besen. Ok. Ich gehe die Trittsteine entlang. Vollwesen. Lassen wir es. wenn ich das sei durchtrenne komme ich an einen schluck heran was haben wir hier hier fehlen eier sicher sich hat er ein auge flügel muss die selbe farbe haben hier oben ist scheinbar nach gemeint was macht er hier ach das ist eine figur ja okay was hatte ich schon was hat er denn ein stürmer er ist die wegen stelle ich muss das gras zusammenbinden ich wüsste nicht wie das macht so ein teil und hier ist was zum binden ein stück farben ein rührbesen war hier nicht etwas zu klicken ich lege den rechtszeug an seinem platz nachdem ich ihn poliert habe das klingt nach dem plan ja da hast du ein puzzle teil und irgendwas wandelt sich hier noch was nach einer großen schnecke aussieht so kann ich die jetzt wegbeesen ein schwert deinen namen es ist ja klipp ich brauche etwas aber den honig mit honig mitnehmen kann du bist da festgepackert wie kann ich das rückgängig machen und steuerung z da ist was honig ist da ist wieder trittweg eier und bloser flügel der muss die selbe farbe haben also gehe ich mal weit ab den turm habe ich durch das fernrohr gesehen dafür kann man auch fernrohr was haben wir hier im auge ein eichkater den man nicht gesehen hat der war hier schade dass ich immer im bild sein muss ich schneide es einfach auf der legende nach wurden die eier der mutter aller drachen im den turm von einem geweihten pärchen behüte der legende nach oh drei monen ich könnte schwören dass das gold ist ein goldener flügel und damit wäre das gold auch schon erledigt was haben wir noch was an der tasche nur das zum lesen okay dass ich niemand mehr lesen kann ich möchte wissen was da unten glitzert ich möchte wissen wo das glitzert gut ich gebe ihm erstmal ein auge zurück und ein flügel und kriegen dafür was grünes hätte ich jetzt nicht mitgerechnet ich habe gedacht ich muss die eier noch rein machen damit das auferstehungsjuwel warte mal wenn ich das nicht einfach in den kopf hauen und dann sind sie wieder dran ein poliertuch das ist bocophonisch nein eine kalligrafie pinsel das ist bocophonisch so weit so gut was mache ich jetzt damit ein poliertuch wie neu hier kopf haste muss es noch was muss es noch reparieren äh oh was haben wir da eigentlich da war ja was durchschneiden ja das sieht nach dem guten spiel aus mehr oder weniger mehr oder weniger nur ist die frage das muss wohin ich nehme an ich muss von da aus nach hier hin und darüber am besten nicht das das geräusch ist mir guter guter juwel das war spitze okay ich gehe zur klippe ähm wie kann ich das jetzt erstmal rauf packern packern okay okay viel spaß ich möchte wissen ich möchte wissen was da unten glitzert ich möchte wissen was ich jetzt machen soll ja wir haben hier den honig ich komme hier nicht zurück hier ist nur ein wimmelbild gewesen ich komme hier wirklich nicht zurück juwel besitze durch aufstehen 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 karte deswegen habe ich dich ja ich muss hier noch ich kann hier noch was was kann ich mir noch wie sie uns tun von gesprochen hat wenn ich diese reden wiederhersteller verstärken kann ich auch nicht klettern aufstehen aufstehen alter jetzt kann ich hier die acht dinge aussammeln ja und mit honig verzeben jetzt noch in den ofen packen und das fest egal ich muss ihm folgen auf twitter was hat die hier kann ich noch links verwechselt ja die hat gewisse viele mini spiele in 60 sekunden ohne keiner kann ich aufhalten ja ich habe jetzt nicht darauf beachtet was der typ gemacht hat wohin ist das wesen verschwunden wahrscheinlich in hier gefressen worden Ich kann Ihnen was Besseres zum Kauen bringen. Warum macht es das? Blau! Nee, die brauche ich nicht, danke. Eine Höhle. Es ist zu dunkel. Ja, hättest du mal nicht die Fackel weggeschmissen, ne? Ich könnte mit dem reflektierten Licht in die Höhle leuchten. Was ist denn reflektiertes Licht? Mit dem richtigen Werkzeug kann ich es abschaben. Hier ist ein Messer. Aber was ist das? Moos. Äh, so. So. Äh, so. Ein Abdruck. Diese Blumen benötigen in einer besonderen Behandlung, damit sie aufblühen. Womit ziehe ich jetzt an Land? Mit einem Stopp. Ein schmutziger Klumpen. Nichts geschieht. Nur ein paar Steine und ich habe einen Weg. Achso. Wirst du hier sprangen in der Platte nachsehen? Ja. Womit geht. Vielen Dank.